Was glaubt ihr, was schätzt eine Frau an einem Mann am meisten? Welche Eigenschaft? Verantwortung. Wer hat das gesagt? Sehr gut. Sind die Frauen damit einverstanden? Verantwortung ist das Wichtigste. Wenn ein Mann Verantwortung übernimmt für seine Familie, für seine Ehefrau, für seine Kinder, dann wird die Frau, wenn sie solch einen Mann sieht, sagen, mit ihm kann man eine starke Familie gründen. Und wenn ein Mann verantwortungslos ist, wer braucht dann so einen? Er wird niemals eine Familie gründen können. Deswegen ist es für einen Mann in erster Linie wichtig zu verstehen, wozu man überhaupt eine Familie gründen muss. Heutzutage verstehen die meisten Menschen überhaupt nicht, wozu eine Familie da ist, wozu eine Ehefrau da ist. Viele fassen ihre Ehefrau einfach als eine Art kostenlose Prostituierte auf, die dazu da ist, bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen. Und viele wollen über solche Sachen auch nicht nachdenken. Sowohl die Mädchen als auch die Jungen denken nicht darüber nach, wofür sie heiraten sollen. Aber wir müssen uns wieder darüber bewusst werden, dass wir seit Menschengedenken immer in einer Stammesordnung gelebt haben. Unsere Ahnen haben so gelebt. Und auch wir müssen uns wieder darauf besinnen, dass wir ohne richtige Familie nicht existieren können. Ihr seht doch, dass heute die meisten Familien zerfallen. Es gibt mehr Waisenkinder als nach dem Zweiten Weltkrieg. Wohin kann uns das führen? Wir werden einfach aussterben, wie die Mammuts, nicht wahr? Deswegen müssen wir uns wieder an die Werte erinnern, die für unsere Ahnen wichtig waren. Es gibt den Begriff heilig. Wenn man jetzt junge Menschen auf der Straße fragen würde, was ist für dich heilig? Dann würde kaum einer diese Frage richtig beantworten können. Für uns ist das heilig, ohne was wir nicht leben können. Die Familie war für uns immer heilig. Die Kinder waren heilig. Der Familienstamm, der Volkstamm, das Volk und die Heimat waren für uns immer heilig. Und was ist heute? Die meisten Menschen können überhaupt nicht erklären, was für sie heilig ist und wozu sie dieses Heilige überhaupt brauchen. Wir aber müssen uns in erster Linie bewusst werden, dass für uns das heilig ist, ohne was wir nicht leben können. Und wir müssen diese für uns heilige Werte wieder aufbauen. Wenn wir unsere Werte nicht wiederherstellen, wenn wir weiterhin den falschen, von außen aufgezwungenen Werten hinterherlaufen werden, dann werden wir wie die Mammuts aussterben. Schaut euch an, was heutzutage im Fernsehen durch die Filme und Sendungen propagiert wird. In jedem Film wird Propaganda betrieben für Alkoholkonsum, für Zigarettenkonsum, für Drogen und aller Art Unzucht und Perversität. Wir aber haben ganz andere Werte, die für uns heilig sind. Wir müssen endlich aufhören, den falschen Werten hinterherzulaufen. Ist das soweit verständlich? Verantwortung ist wichtig für die Gründung einer starken Familie. Die Familie ist für uns heilig. Wenn wir uns dessen nicht bewusst werden, was werden wir dann für eine Zukunft haben? In den meisten Familien heute gibt es nur ein oder zwei Kinder. Und wie viele Kinder hatten die Familien unserer Ahnen? Mindestens 16. Bis vor wenigen Jahrzehnten gab es noch starke, vollwertige Familien. Und nur derjenige hatte eine starke Familie, der viele Kinder hatte. Welche Altersvorsorge ist die beste? Wohin sollte man Zeit, Geld, Energie und Kraft investieren? In seine Kinder, seine Enkelkinder und seine Urenkel natürlich. Dann werdet ihr im hohen Alter abgesichert sein. So ist es doch. Oder sollen wir uns etwa auf die lächerliche Rente vom Staat verlassen? Das ist doch einfach dumm. Unsere Ahnen haben uns gesagt, investiert eure Kraft in eure Kinder. Dann wird die Gesellschaft wieder zur Normalität zurückkehren. Die alten Menschen werden versorgt sein und die jungen Menschen werden richtig erzogen. Wenn eine Gesellschaft nach der Stammesordnung aufgebaut ist, wer erzieht dann die Kinder? Was meint ihr, würde ein vernünftiger Mensch seine Kinder zur Erziehung an unbekannte fremde Menschen geben? Wie ist das überhaupt möglich? Denkt mal drüber nach. Kann das zu etwas Gutem führen, wenn man seine Kinder zur Erziehung fremden Menschen überlässt? Erklärt mir das mal. Kann man sein Kind in den Kindergarten oder in die Schule geben, zu völlig fremden Menschen? In Solikamsk gab es vor kurzem einen Skandal. Dort wurde in die Grundschule, in den Unterricht ein Mann eingeladen, der den Mädchen zeigte, wie man Verhütungsmittel anwendet. Habt ihr von diesem Skandal in Solikamsk gehört? Wie kann man also seine Kinder weggeben? Und wer erzieht die Kinder in unserer Tradition, in der Stammesordnung? Die Stammesältesten erziehen die Kinder. Das sind Großeltern, Urgroßeltern. Sie werden ihren Enkeln ganz bestimmt keinen Schwachsinn beibringen. Genau das ist unsere Tradition. Bei dieser Art der Erziehung sind richtige ethisch-moralische Grundlagen für die Kinder garantiert. Habt ihr schon davon gehört, dass die Wissenschaftler beim Menschen ein sogenanntes Gen der Spiritualität entdeckt haben? Habt ihr davon gehört? Also muss ich da nicht genauer drauf eingehen. Genau diese ethisch-moralische Grundlagen geben die Stammesältesten an die junge Generation weiter. Fremde Menschen scheren sich überhaupt nicht darum, den Kindern irgendetwas Wertvolles beizubringen. Aber die eigenen Stammesältesten, die Großeltern, die Urgroßeltern, die sorgen genau dafür, dass die Kinder diese Grundlagen mit auf den Weg bekommen. Wenn sich also ein Mann das Ziel setzt, die Stammesordnung in seiner Familie wiederherzustellen, dann ist er ein richtiges Familienoberhaupt. Genau das ist Verantwortung. Das ist die Grundlage. Aber ich finde, wie ich mindestens öffne das Ziel in der Weise von der Erziehung Muy gut beschäftigt. Aber hier ist es noch das Ziel. Untertitelung des ZDF, 2020